Willkommen zu Unboxing von Splatoon 2 für die Nintendo Switch. Freigegeben ist das Spiel ab 6. Man sieht vier Inklinge hier auf dem Bild. Zwei in Menschenform und zwei in Tinnenfischform. Hier noch ein paar Szenen. Man kann es auch online spielen, aber dafür braucht man eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Online. Ja, keine Werbung drin. Und das ist das Spiel. Ich muss sagen, sie ist eigentlich relativ schön auf das Logo auf der Karte. Ja, hier sieht man auch noch ein paar Inklinge. Mal fokussieren. Ja, eigentlich ganz gut gemacht. Es gibt den Hellen-Modus. Knüpft ihr die Oktarianer vor. Und den Salmonern stellt euch gemeinsam den Salmoniden in den Weg. Ich glaube, man kann es ein bisschen dritt spielen. Ja, offline halt nur halt ein Spieler. Lokal zwei bis acht Spieler. Ja, genau so war es. Habt ihr das Spiel? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn nein, schreibt es auch in die Kommentare. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare.